hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von kanal bewerten und ja heute sind wir bei craigs oder craigs wie man auch immer nennen sollte oder könnte oder wollte oder wie auch immer und ja wir schauen uns mal gerade hier sein erstes ja sein intro video von seinem kanal an zu einer weiteren folge 3 free games und heute gucken wir nach jams es genau und da ich so eine unglaubliche sissy bin helles licht und wir werden einfach mal gucken was wir für free games mit diesem wunderschönen mädchen hier die mit green stuff warum was mache ich auch nein ich habe hier warum was hat das gerade okay ja scheint wohl sich auf die independent spiele zu spezialisieren zumindest einmal vom kanal aus gesehen also diese free games er macht auch minecraft er macht quasi tutorials der witcher 3 hat er anscheinend noch nicht online er macht auch unboxing von loot raider lol macht auch creatives auch also er spezialisiert sich er auf diese auch hier 44 kreiser schon far cry 4 auf die rollenspiele wenn das ne was ist dann minecraft noch mal und den ganzen kram lol doch ist so ich glaube ich rollenspieler oder also sie haben kanal hat es einer kommentiert kanal info ach du heiliger wenn man er heißt maxi ist 17 jahre alt ja ok hat kein facebook ok hat lass mich gucken kein abonnent aber man oder wir haben noch keinen abonnenten da gibt jetzt keinen sinn nur mal so nebenbei hat kein abonnenten kein einzigen ok heftig ok also ja hier oben das ist eigentlich recht easy gemacht ich gehe mal stark von aus aber eine schriftart ist sein bild ja ist ja ein eigenes bild kann man kann man machen habe ich ja auch ich habe auch ein eigenes bild von mir drin und ja also mal gerade videos gucken im durchschnitt hat er so um die ja um die 20 plays immer mal hoch und da hoch und da was hat denn hey meine Freunde und herzlich willkommen zu dem allerverliebten 3 games with me trägt und unser erstes spiel vor heute ist wrestle jump dann beklecken einfach mal auf ein spieler wie immer habe ich kann ready push buttons to jump smash opponents hand to ground to score ok ready ready ok machen wir ich überhaupt ok ich bin blau ok krass ok ok auch nicht schlecht und das ist cool ja weil auch hier mein fazit fällt positiv aus er hat hier wie man sieht ziemlich gutes mikrofon daher seine aufnahmequalität super seine aufnahmequalität so vom vom video selber auch super und ja wenn ihr gern auch hier wieder minecraft gern guckt und so oder gern mal diese free games die es ja gibt einfach mal weil es fun macht gucken wollt geht auf seinen kanal guckt euch ihn an und gibt dem jungen endlich mal ein abo man ich mache auf jeden fall eins jetzt interessiert mich mal ob das jetzt da steht nicht 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 verstehe ich irgendwie überhaupt nicht vor allem habe ich gerade abonniert und steht nochmal abonnieren sag mal youtube will sie mich verarschen nicht 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 aber hinzugefügt guck mal mal hier es hier haben wir Kray X ist doch drin warum will mich dann youtube hier verarschen ich glaub ihr spinnt jungen da drunter nicht mehr zu finden jetzt steht der abonnent drin und steht nicht ja das war es mit der heutigen folge mit kanal bewerten und ich wünsche euch noch einen schönen tag euer somker von somker tv